Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine kleine, aber wirklich geile Ankündigung für euch und die will ich euch hier kurz zukommen lassen. Was geht's? Ihr seht's, Brennpunkt Mexiko. Darum geht's nämlich, denn jetzt am Wochenende, um genau zu sein, am 26.10., das ist der Samstag, da ist das Qualifying in Mexiko, startet um 20 Uhr. Das seht ihr bei mir auf meinem Twitch-Kanal. Ich bin da einer von nur drei Deutschen, die das überhaupt zeigen dürfen. Werbefrei, mit meinem Kommentar und sonst niemand. Ob das toll ist oder ob das schlecht ist, das lasse ich euch entscheiden. Das ist wie gesagt am 26.10., 20 Uhr und am 27.10., wer hätte es gedacht, darf ich auch das Rennen zeigen. Und das ist natürlich ein Highlight schlechthin. Um 20.10 Uhr startet das Rennen. Wir werden jeweils eine Stunde vorher anfangen, also immer so um 19.00 Uhr will ich den Stream anwerfen. Noch ein bisschen Vorbericht erstatten, ein bisschen lamentieren, vielleicht die Philosophie der Saison nochmal durchgehen und so weiter und so fort. Noch mal vielleicht auf die Zukunft schauen. Man weiß es gar nicht, was so der Chat mit sich bringt, aber auf jeden Fall wird's geil. Also, wer Zeit und Lust und Muße hat, das Ganze auch werbefrei zu sehen, am 26.10. um 20 Uhr Qualifying, am 27.10. um 20 Uhr das Rennen. Alles bei mir auf Twitch. Ich habe den Link auch nochmal unten in den Kommentarbereich gehauen, beziehungsweise in die Beschreibung. Also, wenn ihr den noch nicht kennt, speichern, merken, aufschreiben und an alle Nachbarn und Freunde weitergeben. Ich freue mich sehr auf euch und ich würde mich begeistert zeigen, wenn der eine oder andere sich auch blicken lässt. Also, gerne bis dahin, macht's gut. Ciao.